Hallo zusammen und willkommen auf unserem Kanal, wo wir heute eine weitere atemberaubende Burg in Europa besuchen werden, Cervinikamen, was übersetzt der rote Stein, bedeutet und in einem kleinen Land liegt, in dem es ungefähr 180 Burgen gibt. Die Fläche dieses wenig bekannten Landes namens Slowakei im Herzen Europas beträgt 49.035 Quadratkilometern, 18.933 Quadratmeilen. Und die Bevölkerung beträgt ungefähr 4,5 Millionen. Lassen Sie mich Ihnen zunächst auf dieser Karte zeigen, wie Sie dorthin gelangen, in diesem Fall von Bratislava, der Hauptstadt der Slowakei. Die Burg Erwenkame in der Slowakei ist eine historische Festung, die vom reichen kulturellen Erbe und architektonischen Können des Landes zeugt. Diese faszinierende Burg mit ihren markanten roten Mauern und der malerischen Umgebung hat eine bewegte Geschichte. Die Ursprünge der Burg Erwenkame gehen auf das 13. Jahrhundert zurück, als sie als Verteidigungsfestung gegen Invasionen erbaut wurde. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Burg mehrfach renoviert und erweitert, was ihre Pracht und Komplexität noch steigerte. Die roten Mauern der Burg, die ihr ihren Namen geben, Erwenkame bedeutet auf Deutsch roter Stein, bestehen aus lokalem Sandstein und stehen als Symbol für Stärke und Widerstandskraft. Eines der bemerkenswertesten Merkmale der Burg Erwenkame ist ihre beeindruckende Architektur, die Elemente der Gotik, Renaissance und des Barock vereint. Der Haupthof des Schlosses, umgeben von befestigten Mauern und Türmen, zeigt aufwendige Steinmetzarbeiten, verzierte Fenster und elegante Arkaden, die die Handwerkskunst der Handwerker widerspiegeln, die hier gearbeitet haben. Das Innere des Schlosses Erwenkame ist ebenso atemberaubend, mit großzügigen Sälen, historischen Möbeln und wertvollen Kunstwerken, die einen Einblick in die ruhmreiche Vergangenheit des Schlosses bieten. Besucher des Schlosses können die verschiedenen Räume und Kammern erkunden, darunter den großen Saal, die Kapelle und den Rittersaal, die alle mit exquisiten Details und historischer Bedeutung dekoriert sind. Neben seiner architektonischen Pracht hat die Burg Erwenkame auch eine große kulturelle und historische Bedeutung. Die Burg war das Zuhause verschiedener Adelsfamilien und spielte eine strategische Rolle bei der Verteidigung der Region gegen äußere Bedrohungen. Heute ist die Burg ein beliebtes Touristenziel und zieht Besucher aus aller Welt an, die ihre Schönheit bewundern und etwas über ihre faszinierende Geschichte erfahren möchten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Burg Erwenkame in der Slowakei ein leuchtendes Beispiel für das architektonische und kulturelle Erbe des Landes ist. Ihre markanten roten Mauern, ihr aufwendiges Design und ihre historische Bedeutung machen sie zu einem Muss für Geschichtsliebhaber, Architekturfans und alle, die in die reiche Geschichte dieser bezaubernden Region eintauchen möchten. Da die Burg Erwenkame den Test der Zeit besteht, dient sie als Erinnerung an die Vergangenheit der Slowakei und als Leuchtfeuer ihrer anhaltenden Schönheit. Um die Burg Erwenkame in der Slowakei ranken sich mehrere faszinierende Legenden und Geschichten, die zu ihrer Mystik und Anziehungskraft beitragen. Hier sind einige der beliebtesten Legenden rund um die Burg, die Geisterbraut. Eine der berühmtesten Legenden der Burg Erwenkame dreht sich um den Geist einer jungen Braut, die angeblich auf dem Burggelände spuckt. Der Legende zufolge starb die Braut an ihrem Hochzeitstag auf tragische Weise und ihr Geist wandert weiterhin durch die Burg und sucht nach ihrer verlorenen Liebe. Besucher haben berichtet, eine geisterhafte Gestalt in einem Brautkleid durch die Hallen der Burg Streifen gesehen zu haben, was der ohnehin bezaubernden Umgebung eine geheimnisvolle Aura verleiht. Der Schatz von Erwenkame, eine weitere faszinierende Legende rund um die Burg Erwenkame ist die Geschichte eines verborgenen Schatzes, der irgendwo innerhalb der Burgmauern vergraben sein soll. Der Legende nach verbarg ein reicher Lord, der einst das Schloss bewohnte, sein riesiges Vermögen vor seinem vorzeitigen Ableben. Im Laufe der Jahrhunderte haben zahlreiche Schatzsucher nach den schwer fassbaren Reichtümern gesucht, aber der Schatz ist noch immer unentdeckt, was der Geschichte des Schlosses ein Element der Spannung und des Mysteriums verleiht. Die Weiße Frau, die Legende der Weißen Frau von Schloss Erwenkame erzählt die Geschichte einer Adligen, die im Schloss lebte und ihren Geliebten auf tragische Weise im Kampf verlor. Verzweifelt und von Trauer erfüllt soll die Weiße Frau Selbstmord begangen haben, und ihr Geist soll das Schloss bis heute heimsuchen. Besucher haben berichtet, dass sie einer geisterhaften, weiß gekleideten Gestalt begegnet sind, die durch die Korridore des Schlosses streifte und der Geschichte des Schlosses eine melancholische und romantische Note verlieh. Diese Legenden und Geschichten verleihen dem ohnehin schon faszinierenden Schloss Erwenkame in der Slowakei eine zusätzliche Ebene der Faszination und des Schames. Ob man nun an das Übernatürliche glaubt oder einfach eine gute Geschichte genießt, diese Legenden versetzen Besucher in die Vergangenheit zurück und lassen sie in die reiche Geschichte und Folklore dieser majestätischen Festung eintauchen. A. Die Burg Erwenkame in der Slowakei ist ein beliebtes Touristenziel, das das ganze Jahr über eine Vielzahl von Attraktionen veranstaltet und Besuchern die Möglichkeit bietet, die Geschichte, Kultur und Schönheit der Burg auf einzigartige und spannende Weise zu erleben. Hier sind einige der Attraktionen, die auf der Burg Erwenkame stattfinden, erster historische Nachstellungen, auf der Burg Erwenkame finden oft historische Nachstellungen statt, die die Vergangenheit für Besucher zum Leben erwecken. Diese Veranstaltungen können mittelalterliche Feste, Ritterturniere und Nachstellungen historischer Ereignisse umfassen, die die reiche Geschichte und das Erbe der Burg hervorheben. Zweite Führungen Die Burg bietet Führungen unter der Leitung sachkundiger Führer an, die Einblicke in die Architektur, Geschichte und Bedeutung der Burg geben. Besucher können die verschiedenen Räume, Säle und Höfe des Schlosses erkunden und dabei mehr über die Adelsfamilien erfahren, die dort lebten, und die Ereignisse, die seine Entwicklung geprägt haben. Dritter kulturelle Veranstaltungen Auf der Burg Erwenkame finden regelmäßig kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte, Kunstausstellungen und Theateraufführungen statt. Bei diesen Veranstaltungen treten lokale und internationale Künstler, Musiker und Darsteller auf und bieten den Besuchern ein einzigartiges und umfassendes kulturelles Erlebnis in der historischen Umgebung des Schlosses. Vierter saisonale Feierlichkeiten Das ganze Jahr über feiert die Burg Erwenkame verschiedene saisonale Feste und Feiertage mit besonderen Veranstaltungen und Aktivitäten. Dazu können Weihnachtsmärkte, Ostereirsuchen, Sommerkonzerte und Erntedankfeste gehören, die die Besucher einladen, an traditionellen Bräuchen und Festen teilzunehmen. Fünfter Bildungsprogramme Die Burg bietet Bildungsprogramme und Workshops für Besucher jeden Alters an, darunter Aktivitäten für Kinder, historische Vorträge und praktische Erfahrungen, die die Besucher mit der Geschichte und Bedeutung der Burg vertraut machen und ihnen diese näher bringen. Diese Programme bieten eine unterhaltsame und interaktive Möglichkeit, mehr über die Burg und ihre Rolle in der slowakischen Geschichte zu erfahren. Sechs der besonderen Veranstaltungen auf der Burg Erwenkame finden auch besondere Veranstaltungen wie Weinproben, Kunsthandwerksmessen und Themenpartys statt, die ein breites Spektrum an Interessen und Vorlieben abdecken. Diese Veranstaltungen schaffen eine lebendige und festliche Atmosphäre auf der Burg und laden die Besucher ein, die Schönheit und Pracht dieses historischen Wahrzeichens zu feiern und zu genießen. Vielen Dank fürs Ansehen! Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie bitte auf Gefällt mir. Sie können unten auch Kommentare oder Fragen hinterlassen. Um weitere unserer informativen, spannenden und interessanten Videos zu sehen, abonnieren Sie jetzt unseren Kanal. ENDENDE Vielen Dank.